Wie sagt man die folgenden Possessivpronomen auf Deutsch? Euer. Leur. Ihr. Votre. Politesse. Ihr. Und noch einmal. Mon. Mein. Ton. Dein. Son. Sein oder ihr. Notre. Unser. Votre. Euer. Leur. Ihr. Votre. Ihr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.